Die Tiere im Zoo langweilen sich furchtbar. Jeder Tag ist so wie der vorherige. Besonders für den kleinen Affen scheint die Zeit stillzustehen. Aber eines Tages möchte der große Löwe verreisen und bittet den kleinen Affen, ihn zu vertreten. Das macht dem kleinen Affen so viel Spaß, dass er gleich die Affenagentur gründet, um auch anderen Tieren zu helfen, miteinander zu tauschen. Die Krokodile gehen in den Affenbaum. Der Elefant ist jetzt ein Flamingo. Und die Löwen sitzen im Krokodiltümpel. Doch eines Tages bleiben die Gehege leer. Wo sind bloß alle Tiere hin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017